Norddeutscher Rundfunk 2021 Hallo? Ja, wir werden nicht allein sein. Ich brauche meine Ruhe. Ich brauche meinen eigenen Platz zum Arbeiten. Willst du einen Namen? Nadja. Leon. Geht es schwimmen zu gehen. Kommst du nicht mit? Kann ich. Arbeit lässt sich zu. Schade. So ein Arschloch. Boah, es reicht. Nadja als Stecher ist Bademeister. Ist doch mit, dass der der letzte Nacht bei ihr war. Schon fertig mit der Arbeit? Scheiße. Ich habe ein Buch geschrieben. Der Kollege findet es scheiße. Der kommt morgen vorbei, um es mir in die Ohren zu hauen. Wie soll denn dein Buch heißen? Club Sandwich. Club Sandwich? Scheiße. Ist doch ein guter Titel. Club Sandwich? Ob ich es mal lesen darf? Auf keinen Fall. Versteh mich nicht falsch. Ich habe es verstanden. Die ist ja nett. Die Nadja. Ja, sie macht sich Sorgen. Worüber macht die sich dann Sorgen? Wegen der Waldbrände. Asche! Asche! Macht Angst, oder? Ja. Merkst du irgendwas noch? Siehst du irgendwas, was um dich rum passiert? Felix meinte, dass alte Nacht das Meer leuchtet. Ich finde das Meer noch ein bisschen großartig. Anaheim. Das Meer die Trailer. Das Meer auch. Ich bin in der Nähe das Meer. Also, ich bin in der Nähe.